Ich heiße Cleon Rodgers und ein Problem, das ich häufig sehe, ist, Leute lernen Griechisch oder Hebräisch, aber sie fangen nichts damit an. Und deswegen habe ich einen Kurs entwickelt. Ich habe ihn schon erprobt mit Leuten aus einer Gemeinde, um zu sehen, ob wir Leuten Griechisch beibringen können, damit sie Griechisch verwenden können mit den neuesten modernen Hilfsmitteln. Und das ist ein Kurs, den ich heute anbieten möchte. Wir treffen uns 15 mal für fünf Stunden. In diesen fünf Stunden werden wir griechische Grammatik lernen. Wir werden lernen, wie man übersetzt. Wir werden eine Methode entwickeln, in dem man genau weiß, wo das Problem ist und was das Problem ist. Und dann werden wir mit Hilfe von Logos diese Probleme lösen. Denn es ist nicht Ziel, von diesem Kurs einfach griechisch zu können, sondern es ist das Ziel von diesem Kurs griechisch zu können, um das Neue Testament zu verstehen und das Neue Testament besser auszulegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmen werdet. Es ist für mich eine Freude und es wird für euch eine Hilfe sein. Vielen Dank.